Kurz muss weg, 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 kurz muss weg. Also ich glaube, dass das eine deutliche Botschaft an den Ballhausplatz und an die Zentrale der österreichischen Volkspartei ist. Ja, ich gebe euch recht, jemand wie Sebastian Kurz, der in zwei Jahren zweimal eine Regierung gesprengt hat, einmal mit den Sozialisten und einmal mit uns und der jetzt vorgaukelt, für Stabilität sorgen zu wollen, da lachen die Hühner. Nein, jetzt wird demokratisch für Ordnung gesorgt.